Hallo Freunde, herzlich willkommen beim Instinct Gaming Team Kanal. Heute mit dabei ist der Dani und der Maske. Wir spielen eine Runde Mount Your Friends. Einfach so aus Spaß. Und ich mach jetzt mal einen selber. Drei Spieler und los geht's. Weil sich die anderen etwas schlechter hört, liegt daran, dass wir in einem Raum sitzen und viel quatschen. Gut, los geht's. Ich fang an. Los geht's. Ja, ich schaffe alles. Komm schon. Was mach. So, so, so. Nein. Komm her. Halt dich. Halt dich. Soll ich dich festhalten. Nein, wieder falsch. Jawohl, ich bin der Master hier. Jetzt ist Storni dran. Süße Kette, Thomas. Oh, du bist aufs andere Ufer gegangen. Du Ziggolo. Er macht uns den Prarungstanz vor. Und ein gekonnter Schwung. Aber nicht wieder runterreden lassen. Ja. So Maske. Ihr turn. Die Papiertüte ist... Okay. Ich möchte dazu sagen, das Gesicht von Maske ist so... Wow! Ist so hässlich, deswegen hat er eine Papiertüte auf. Und wir wollten einfach das hier auf YouTube nicht zeigen, wie hässlich er eigentlich ist. Ich bin dran. Was er tut, das weiß keiner. Oh, das war ein schöner Sprung, oder? Hoppada. Das war ein schöner Sprung. Kann ich mich nicht umsonst hart sagen. Ich habe mir gerade in Schwarz steht. Was? Was? Ich habe mich eingeparkt. Wehe, so alt ist dich an meinem Schwarz an. Ihr lacht vielleicht, aber das ist gar nicht so einfach hier. So. Ich spiele jetzt Spider-Man und lasse mich hier so langsam runter. Ohne wie Storny vorher zu sterben. Bis hin zu weit oben. Ich bin der König der Welt. Michi. Ich glaube wirklich langsam Storny, der ist nicht von diesem Ufer. So. Ist nichts Schlechtes, aber... Los schwingen! Ich hoffe die Musik ist auch nicht so laut. Er krabbelt so langsam über seine Vorgänger hinweg. Er versucht sein Bestes. Lacht ihn bitte nicht aus. Wehe dir! Ja, ja, genau so geht das. Das ist eine Kopfstandübung. So. Melodramatische Musik, bitte schön. Maske drückt nur irgendwelche Tasten. Und er winkt uns. Das ist... Wow. Weiter. Was ist mit euch? Ja, ja. Ja, ja. A. 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 B. A. 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 gewählt oh und er fällt die musik ist voll passend dazu ich glaube wir müssen uns jetzt verabschieden er klammert sich am männlichen geschlechtsteil seines von maske fest lasst die anderen tasten gehen er klammert sich an dem kopf das bin ich 10 sekunden maske du hast auch große unterwäsche ich glaube ihr seid hier seid ihr ein paar er beherrscht einfach die sprung technik hier dein bein steckt fest wenn ihr wissen wollt wo ihr das spiel her bekommt einfach auf steam gehen und den namen eingeben ich werde wahrscheinlich steam noch mal extra unten in der video beschreibung verlinken spielkost was war es ich glaube 299 heute in weihnachts aktion wenn ihr mal mit uns eine runde spielen wollt einfach einen kommentar da lassen oder schreiben und dann können wir mal eine runde spielen vielleicht schlagt er uns ja vielleicht nein ich hab's ich weiß es nicht ich hab's schon wieder ich bin obelix ich krabbel mich nach oben bis zum sieg nicht eh loslassen du mal du müsstest dich in die runde schwimmen dass du das so schaust es kommt schon es ist es ist der halg los geht's ja und die was jetzt weiter links und rechts von mir hört das sind die zukünftigen Teamkollegen von mir darf ich euch gleich einen vorstellen das ist das Doani der wird euch wahrscheinlich demnächst in StarCraft also besser gesagt StarCraft etwas näher bringen wann wissen wir noch nicht er ist ziemlich beschäftigt aber ich denke bald ich fahre mein Wort der Schwarz ach Gott denk an Youtube Youtube ist das wahre das wahre ich meine wahre ich los rubbel die Katz hier 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 was tust das wahre ich er fällt wie ein Stein so da ich bin gleich wieder dran oje ich bin wirklich besorgt Maske nos 10 Sekunden heav los lassen weapons und er ist eliminiert jetzt komm ich die ja dumped er dich an der doofen ziege fest er hat das Menschen was das 我的 Ich bin so weit geschwungen! Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das ungesund sein soll. Ich glaube noch 10 Sekunden. Jetzt kommt Team Deathmatch. So, wir sind schon in der 13. Runde, äh, ich weiß nicht, was er gerade besucht. Schöner Jump, aber er kann sich einfach nicht festhalten, es geht nicht. Er möchte uns, glaube ich, ein Zeichen geben, so wie er so ein... Oh, es ist ziemlich laut, ich hoffe es ist im Video nicht so laut. Ja, du schaffst es! Ich weiß schon, dass du hier bist. Nee, ich weiß. Er winkt uns! Was? Kick! Nicht! Er kann springen nicht! Ich werde es lernen. Lass dich los! Und, und, äh, und was? Tschüss, Plagon! Nein, Plagon stirbt nicht! Tschüss! Ich halte mich einfach so lange hier fest. Bis die Zeit abläuft! Genau! Boah! Bist du nicht den Berg des Schwuns aufgenommen? Du bist fast draußen! Juhu! Ah, Frieden! Das ist... Ist gut! Komm! Ja! Frieden! Tschüss! Falsch! Waaah! 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 Nein! Schnell! Meine Maus! Was ist hier? Waaah! Hahaha! Ja, Freunde! Das war eine Runde! Und, ja! Ich werde das Video jetzt mal beenden! Und vielleicht kommt noch eine Runde! Man hört sich! Ciao!